Ich bin mal wieder auf dem Weg zum Flughafen, mitten in der Nacht, 3 Uhr. Also, ich habe meinen Bus verpasst, ich muss jetzt einen Regionalzug nehmen, es gibt wieder alles drunter und drüber, aber ich freue mich auf den Urlaub. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich den Backdrop bei EasyJet hasse. Ich hasse es. Es ist jetzt 8 Uhr morgens und ich glaube, ich bin der einzige Mensch unter 40, der in dieser Stadt schon wach ist. Die anderen schlafen alle noch und ich habe schon was vorbereitet. Ja, jetzt mache ich noch Rührei, dann wecke ich die anderen. Verstehe ich auch, dieser Typ ist verdauert, der gekärchert hat. Wir sind jetzt am Strand, Jamel geht's gut. Wir gehen jetzt gleich baden und das Wasser auscheckend. Nackt. Nackt, wir gehen jetzt nackt baden. Oder, Wikibang? Mhm. Mhm. Jolino planscht. Planscht mal, Jolino. Ihr seht, das Wasser ist superklar. Klar wie Wodka. Und ich habe eine Wette mit Jamel. Jamel sagt, man kann unter einer Stunde zu dieser Insel da hinten schwimmen. Ich sage, das ist never möglich. Also nicht mit unseren Skills und nicht auf die Entfernung. Er unterschätzt es hart. Salom hat recht. Salom hat recht. Salom hat recht. Seh mal Wikibang, wie gefällt's dir bis jetzt? Ich bin ja nur am Essen. Was isst du? Küche. Besten Nüsse, ich mache Schleichwerbung. Keine Produktplatzierung hier, ja? Zappautika! 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 Wir sind jetzt mitten im Nachtleben von Magaluf. Wir warten jetzt auf unsere Shisha und auf unseren Drink. Die Quote stimmt. Und die Stimmung stimmt. Und die Drinks kommen. Die Drinks kommen. Also von daher, äh... Prost! Magaluf ist schon ganz nett. Schon ganz nett hier. Hey! Gandalf! Wo ist der Ring? In Mordor! Jamel hat manchmal echt lustige Wortspiele. Sein neuestes ist... Salim macht rum wie Jamaika. Alter, gar nicht. Mach nochmal, mach nochmal. Was? Mach nochmal. Jamel hat manchmal echt lustige Wortspiele. Das neueste ist... Salim macht rum wie Jamaika. Ihr versteht, ihr versteht... Mal sehen! Und... Fuckin' re! Second night here! First night out! Ich hab noch mehr Freunde getroffen. Ich weiß nicht was die wollen. Die sind einfach Hacke. Keine Ahnung. Okay, let's go guys! Hey! Musik ist der Professe! Weil die Fantastik war in der Duca. Und die Mordor Maneja war in der Rita. Das ist super! Das ist ein Song! All right Mann! Das Mann ist sehr cool! Das war so cool! One or two shots. Er hat das, er hat das, er hat das, er hat das... Er hat jetzt hier einfach Berlin gelebt. Zippo, Digga! Hallo, hallo, hallo! Hallo! Ich kann schnell hier vor, du hast die Wohnung hier oben. Alles ist vorbei. Ist vorbei, ist vorbei. Wie man alles hier so trifft. Jetzt sind wir mit zwei schwedischen Mädchen und die würden euch gerne was sagen. Also gebe ich einfach mal rüber. Sack um, tikka! Hey! Das war die erste Mal in Mallorca. Und das ist Gräberna Grüß. Wir sind Svensker. Und das ist fantastisch. Wir sind sehr glücklich. Und im Morgen gehen wir nach Hause. Und es ist so glücklich. Wir sind 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 glücklich. Danke! Zlatan Ibrahimovic! Ich habe mich wie so ein Haustier, so ein Anhängsel. Keine Ahnung. Ich passe auf ihn auf, weil er meinte, wenn er zu viel trinkt, wird es gefährlich. Ich meinte, Salem, mach dir keine Sorgen. Ich passe auf dich auch. Ihr müsst euch vorstellen, das Loch von der Cam ist links, ne? Und der Bildschirm ist hier. Und man schielt einfach. Das meinte ich eigentlich überhaupt nicht. Nein! Er sagt doch! Show me what you have! So ist das. Ja. Was? Sag noch mal. Englisch. Show me what you have! Show me! Okay, okay, warte. Da kommen gerade richtig geile. Oh, mir ist so Bittches! Bittches, Salem, kommst du so Bittches! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!